Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News und zwar werde ich heute wieder einmal auf neue Transfergerüchte rund um Hertha BSC eingehen, auf einige Updates und ich werde dann noch einmal einen kurzen Vorbericht dazu zum kommenden Spiel am Sonntag um 17.30 Uhr Hertha gegen Bayern geben. Daher haben wir ein Heimspiel bei uns zu Hause. Dieses Spiel werde ich natürlich auch in Form eines Watchalongs ab 7.00 Uhr Livestream und ich würde sagen wir starten heute aber jetzt sofort rein mit den neuen Hertha BSC News. Ich möchte erstmal über Marton Dardai reden. Marton Dardai ist eines unserer Top-Talente im Verein, ist 19 Jahre alt, wird dann im kommenden Februar 20 Jahre alt und hat sich in der letzten Saison bei uns festgespielt. Hat bereits 20 Einsätze für Hertha BSC gemacht, ist ein richtig starker Innenverteidiger, der zusätzlich noch Standenspezialist ist und fällt vor allem mit seinem grandiosen Spielaufbau aus und auch einer zusätzlich eigentlich relativ herausragenden Stellungsspiel und dennoch, muss ich sagen, ist er ein sehr beispielender Innenverteidiger und hat sich bei uns unter Pal Dardai festgespielt. Jetzt aber unter Taifun Koglu kommt er gar nicht mehr zum Einsatz. Man muss eben sagen, die Muskelverletzung, ich glaube das war am Gesäß, das hat ihm relativ rausgeschlagen, deswegen fehlt er die ersten drei Spiele unter Taifun. Jetzt kommt er nicht mehr ins Spiel, hat wenig Spielpraxis und man möchte ihn verleihen. So klang es nämlich zuletzt. Aber das Ergebnis heißt, dass es keine Baselei geben soll. Dardai soll sich bei Hertha BSC durchbeißen, so berichtet die Berliner Zeitung. Er wurde von den Hertha-Fans als Herthana des Jahres gewählt, aber scheint jetzt erstmal zuletzt Innenverteidiger Nummer 5 zu sein, denn selbst Linus Gechter kam zu mehr Einsatzzeit als Marta und Dardai. Nichtsdestotrotz, die Journalisten haben natürlich gefragt, was hat Taifun Koglu momentan gegen Marta und Dardai und Taifun Koglu hat darauf geantwortet, Zitat, gar nichts. Er wird in Zukunft seine Minuten bekommen und das zeigt direkt, dass man bei ihm hier in Berlin darauf aufbaut, der muss erstmal berufsam nach der Verletzung aufgebaut werden. Muss in die neue Taktik von Koglu integriert werden, hat jetzt zu anderen auch die Vorbereitung verpasst, als er dann das Traineramt übernommen hat und deswegen muss man erstmal abwarten. Dardai war bis jetzt raus, das soll sich jetzt aber ändern und wir können gespannt sein. Freidi Bobic ist zusätzlich richtig begeistert von ihm, lobt ihn auf der Mitgliederversammlung richtig und das ist halt einfach richtig gut, denn somit sieht man, dass man auf die einen Talente setzt und dass man auch den eigenen Talenten, Marta und Dardai, Linus Gechter, eine gewisse Perspektive hier aufbieten kann, sodass sie sich auch hier auf Dauer durchsetzen können. Wir haben ja zusätzlich einige Schwächen auf der Innenverteideposition. Jean Tonerija, Niklas Stark sind sehr inkonstant, spielen mal Spiele katastrophenweise und da kann Marta und Dardai auf jeden Fall an seine Einsätze rankommen. Gehen wir mal weiter. Andreas Goffrösen, ein Flügelspieler, stand gestern nicht im Kader vom FC Bologna und der Flügelspieler möchte unbedingt wechseln. Mögliche Abnehmer sind, so berichtet eine englische und belgische Zeitung der FC Brücke, die Rangers aus Schottland und Hertha BSC. Eine Ablöse soll aber gefordert sein und das ist eine 6 Millionen Ablöse. Das heißt, was können wir daraus schließen? 6 Millionen Euro? Ja, glaube ich nicht, dass Hertha BSC bezahlen wird. Dann blicken wir einfach mal darauf. Wir sind aktuell nicht mehr in der Lage, Marc-Oliver Kempf und Kieran Insona zu Hertha BSC zu holen. Das ist einfach dem geschuldet, da wir nicht eine Ablösesumme von, ja, im geringen 7-stelligen Millionenbereich bezahlen müssen. Das heißt, wir müssen aktuell rund 1 Millionen für Marc-Oliver Kempf zahlen, möglicherweise sogar gar nicht zahlen. Aber wir müssen auch bei Kieran Insona nur eine geringe Millionenablöse bezahlen. Aber wir sind aktuell eben nicht in der Lage, diesen Betrag aufzuwenden, da wir momentan kein Geld haben. Freddy Bobisch sagte nämlich auch in einem anderen Interview, ja, wenn ihr die Spieler fordert wollt, dann solltet ihr mir auch sagen, wie wir die bezahlen sollen. Denn aktuell fehlt das Geld an vielen englischen und enden. Und Schuld daran ist natürlich zum einen die, ja, hohen Gehälter, die wir bezahlt haben, die aktuell noch nicht abgeschlossenen Verkäufe, die wir, ja, noch ausstehen, zum Beispiel Biontech, Seafrik und wie sie alle heißen. Ähm, und dann natürlich die Altlasten, dass man halt sich von alten Schulen getrennt hat. Und dann natürlich auch noch sämtliche fehlende Einnahmen im Bereich der Zuschauerbindung. Das heißt, wir können keine Zuschauer in Stadien lassen und so etwas. Und, ja, es ist derzeit unrealistisch, dass wir Scoff Olsen verpflichten können für 6 Millionen Euro. Und deshalb pocht man, so wie ich sehe, nicht darauf. Nichtsdestotrotz, wir sind noch interessiert. Mal schauen, vielleicht bietet sich ja dort etwas an. Es wäre zumindest die interessanteste Liga, in der Scoff Olsen sich präsentieren könnte. Grundsätzlich muss man halt eben auch sagen, aktuell stehen auch die Transfers von Kempf und Insona im Raum. Ob diese hier noch in diesem Winter erscheinen oder im nächsten Sommer, ist noch unklar. Fest steht, dass man sich spätestens im nächsten Sommer einig ist. Das heißt, man ist sich mit beiden Spielern bereits einig. Das heißt, entweder sie kommen im Sommer oder vielleicht noch im Winter entgegen. Eine minimalen Ablöse, wo sich Freddy Bobic aber noch nicht sicher ist, ob er diese bezahlen kann. Da könnte natürlich auch eine Rücklage tätig werden, wie bei Insona debattiert wurde. Aber, naja. So, gehen wir mal auf das Spiel Hertha gegen Bayern ein. Ich habe hier, genau jetzt seht ihr hier meine Aufstellung, die ich wählen würde. Das Stadtderby war in der ersten Hälfte eine Katastrophe. Und ich muss mich leider von den schlechteren Spielern distanzieren. Ja, ich habe mich hier für eine sehr exotische Aufstellung entschieden, mit fünf Änderungen. Zum einen würde ich, wie immer, ein 4-4-2 favorisieren. Das ist nämlich auch die angestammte Formation von Typhon Korkut, die wir dann auch in der zweiten Hälfte im Derby haben, mit der uns dann einiges besser gelungen ist. Die Opel der Juli der Fit sollte mindestens für die ersten 45 Minuten oder für die zweite Halbzeit der Sturmpartner von Isaac Belvedere sein. Ich würde Ecklern-Kamp nach links stellen, weil wir haben keinen linken Flügelspieler. Mission Malu, da hätte ich jetzt nicht gewählt, weil er ist momentan überhaupt nicht in Form. Suat Zerda und Santi auf der zentralen Position. Santi natürlich als Beißer ist für mich Pflicht. Er muss spielen, spielt jedes Spiel klasse. Ist mittlerweile eigentlich bisher der Herthana der Saison, wie ich finde, mit Suat Zerda zusammen. Und damit haben wir ein starkes Mittelfeld, welches Zweikampf stark ist, aber zusätzlich auch noch nach vorne spielen kann mit Suat Zerda auf der 8. Suat Zerda wird höchstwahrscheinlich, so gehe ich davon aus, nicht auf der 8 spielen, sondern anstatt Ecklern-Kamp auf der 10 und dafür wird man wieder Darida einsetzen. Ich würde es so allerdings nicht machen, weil Darida hat in den letzten beiden Spielen gezeigt, dass er nichts anderes kann außer laufen und zwar richtig viel laufen. Es hilft natürlich das Team, einen laufstarken Spieler zu haben, aber seine technischen Qualitäten und sein Tempo reichen nicht mehr aus, um auf Bundesliga-Niveau konstant überzeugen zu können. Rechts würde ich natürlich mit Marco Richter reingehen. Wir haben keine Alternative. Auch wenn er auch nicht gerade in perfekter Form ist, so gibt es keine Alternative. Und dann die Verteidigung. Ja, ich habe hier eine sehr exotische Meinung, die ihr natürlich nicht unterstützen müsst. Missisch der Toner hier Gechter-Pegarik. Klingt erstmal sehr, sehr, sehr unstabil, aber Linus Gechter, als er für Niklas Stark reingekommen ist, hat das Spiel stabilisiert. Union hatte nicht eine Chance mehr und grundsätzlich muss man eben sagen, dass vor allem sein Spielaufbau mir richtig gut gefallen hat. Lange Bälle, die ankamen und ich finde, er hatte einige Schlüsselpässe gespielt und ein paar gute Zweigämpfe gezeigt. Ich würde Linus Gechter vielleicht nicht gegen die beiden jetzt in die Stadustellung stehen, sondern vielleicht dort doch eher auf Boyata setzen. Aber ich finde es nur mal einen möglichen Denkansatz zu geben, dass auch mal unsere Jugendspieler, Gechter, dort reinpassen. Gechter und Dardai hingegen würde ich nicht so favorisieren, weil eben beide noch sehr jung sind. Dafür arbeitet schon den etwas erfahrenen, mit mehr als 100 Bundesligaspielenden, ja, Jean-Antonariga würde ich da gerne hinstellen. Mittelstädt, aktuell Pflicht, besser als Plattenhardt, in seiner besten Zeit unter Dardai. Aktuell und Pegarik natürlich auch. Schwolo würde ich auch hinstellen. Und an dieser Stelle würde ich mich gerne von euch verabschieden. Abonniert ganz gerne den Kanal, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Aktuell läuft das ja noch Transferfenster an. Viele Zuschauer gucken mir derzeit zu. Das heißt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Like gerne dieses Video, sollte es euch gefallen haben. Und morgen ab 17 Uhr werde ich dieses Spiel live kommentieren, in Form eines Watchalongs. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genieße den Abend. Tschüss!